Mit der ServiceNow-Kleuplatform ermöglichen wir Unternehmen Prozesse digitalisieren und so effizienter Arbeit durch das Unternehmen zu schliessen. Wir haben mit ServiceNow Ordnungschaos gebracht. Wir haben verschiedene Tools weggenommen und wir haben die Tools auf ServiceNow gegründet. Wir haben sogar ein Bestellportal gemacht für die Mitarbeiter mit Approval und das alles hatten wir vorhin. Es ist natürlich schön, zu sehen, wie die Digitalisierung doch bei den Kunden anklangt findet, wie alle in eine ähnliche Richtung gehen und wie wichtig es ist, die eigenen Prozesse mit den eigenen Mitarbeitern zusammenzubringen. Ich habe heute mitgenommen, wie Firmen, die ähnlich gelagert sind wie mir bezüglich der Grösse der Firmen und Mitarbeiterzahl umgehen mit Organisationsänderungen und wie da ServiceNow auch unterstützend wirken. Wir haben Bithoc ausgewählt, weil sie uns verstanden hat. Ich glaube, unsere Firma und Bithoc passen hier perfekt zusammen. Wir finden einander immer, wie es darum geht, Lösungen zu designen. Ich habe Bithoc aus diesem Grund empfehlen, weil eben nicht nur eine Person, sondern eigentlich das ganze Projektteam wirklich super Arbeit leistet. Wir als Bithoc versuchen sehr pragmatisch auf den Kunden zuzugehen, zu verstehen, was sie machen wollen und dann sehr agil in kleinen Schritten bekommt, auf dem Weg zu begleiten, dass sie sehr schnell ein Erfolgserlebnis hat und sieht, was man machen kann.